Die adaptive Geschwindigkeitsregelanlage passt automatisch die Geschwindigkeit dem jeweiligen Verkehrsstrom an. Das System hält konsequent ein bestimmtes Zeitintervall zum Vordermann. Damit weiss der Fahrer immer, wann dieser Abstand kritisch wird. Die Betriebsbremsen werden aktiviert, sobald der Abstand zu gering ist. Die adaptive Geschwindigkeitsregelanlage operiert mit einem vorne am LKW montierten Radarsystem und kommuniziert mit iShift sowie Bremsanlage. Der Fahrer wählt die gewünschte Marschgeschwindigkeit mithilfe einer Taste am Blinkerhebel. Die gewählte Geschwindigkeit wird mit grüner LED im Tachometer angezeigt. Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage, damit der Fahrer sich aufs Ankommen konzentrieren kann.